2024 werden wir bei Germany's Next Topmodel erstmals auch männliche Kandidaten sehen. Gerade überraschte Heidi Klum, 50, die deutsche Fernsehwelt mit der Nachricht, dass 2024 auch Männer an ihrer großen ProSieben-Casting-Show teilnehmen dürfen. Wie sie in einem Video auf Instagram verriet, hat sie den ersten Kandidaten bereits gecastet. Es handelt sich um Niklas Jandusch. Der 29-Jährige arbeitet für die Lufthansa als Flugbegleiter. Gegenüber RTL bestätigte er Klums Geschichte. Es war alles total verrückt. Ich wusste erst gar nicht, was sie genau meint. Die Aktion war komplett spontan. Sie hat mich zu sich gewunken und einfach gefragt. Da das Topmodel ihn im Anschluss aber direkt nach seinen Kontaktdaten fragte, geht er davon aus, dass die Anfrage auch ernst gemeint war. Und natürlich schmeichelt sie ihm auch. Das war schon ein Ego-Push, so Jandusch. Er werde auf jeden Fall bei den Castings erscheinen. Topmodel-Kandidaten im Ausland. Die Idee ist übrigens nicht neu. In anderen Ländern, beispielsweise in Österreich, gab es bereits Staffeln, in denen Frauen und Männer gegeneinander antraten. 2014 waren die Jungs in unserem Nachbarland erstmals dabei. Oliver Stummvoll, 27, landete auf dem ersten Platz. Gleich im Folgejahr siegte mit Fabian Herzxell, 27, wieder ein Mann. In den USA kämpften im Original des Topmodel-Franchise ebenfalls schon Männer um den Titel. Amerikas Next Topmodel. Ebenfalls 2014 gewann Keith Carlos, 35, als erster Mann den Titel. ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zisler freut sich, dass Klum die Show jetzt für alle Geschlechter geöffnet hat. GNTM hatte in der letzten Staffel eine klare Message. Jede Frau kann mitmachen. Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem, jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein, heißt es in einem offiziellen Statement. GNTM, Staffel 19, Bewerbung Kurz nach ihrer Verkündung verriet Klum auch, wie man, n, sich idealerweise bewerben sollte. Das Bewerbungsvideo muss nicht lang sein, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine kleine Geschichte über euch erzählt. So Klum, und natürlich möchte ich euch auch laufen sehen. Allerdings, so Klum, wolle sie keine Videos, in denen Filter verwendet werden. Gleiches gelte für Fotos. Wenig Make-up, so der Tipp. Als Dresscode empfiehlt sie etwas Figurbetontes. Auf jeden Fall etwas, in dem du dich so fühlst. Kandidat. Innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Eine Altersbeschränkung nach oben gibt es nicht. Wer weiß, vielleicht folgt ja wirklich ein Mann auf Vivian Blotzki, 23.